Also, Ben Lachser ist eine Comedy-Legende auf YouTube und auf Facebook. Damit ist er halt so durch die Decke gegangen mit diesen Videos. Hallo, ich bin der Tieran... Die waren einfach zu gut. Das Känguru hat seine ganz eigene Art und Weise. Ihr denkt jetzt, was ist das? Aber, Digga, das ist damals, als das rausgekommen ist, 2016, das ist so durch die Decke gegangen. Damals noch bei Facebook. Diggi, das ist Kulturerbe aus dem Internet, Digga. Mit was für einer Überzeugung er seinen Kopf da raushaut, raufhaut, Digga. Jetzt wisst ihr Bescheid. Wie ernsthaft er da mit der Tasse wieder ins Bild kommt. Die Leute, die jetzt sagen zu warm geduscht und so. Digga, der war damals eine Legende. Ich spüre, hier ganz in der Nähe ist Schrott, der kein Schrott ist. Diese Stange, die hole ich mir. Gleiches Papa bei dir. Die kann ich mir doch schön in den Schrank zu Hause stellen. Das ist doch... Das ist doch eine kontaminierte Spritze. Da ist sogar noch was drin. Da kann ich mir den Rest doch einen Arm spritzen. Oh, das war nicht Schrott. Das war noch gut. Diese Gießkanne. Den kann ich so... Moment, ich hab da schon die Gießkanne. Da kann ich dann meine Zwiebeln drin reichern. Ja, wo geht der Schrott da? Da ist er. Da ist es. Da ist es. Das ist doch noch nichts. Oh, ach. Ich muss sagen, Digger, das ist gerade spannender und besser geschauspielter als jedes Video von Ben Lachser und Simon Dessy und Leon Moscher und alle zusammen Es hat schon ein bisschen Cobra-Elfe-Feeling, muss ich ehrlich sagen